Da kommt ja wer aus dem Sand rausgebrochen. Aber Rüstung. Nein! Hm? Was schreist du denn so? Sind doch bloß Biomechanoiden. Nein! Da hat jemand noch geschrien. Hör mal, ganz leise. Ach da, jetzt höre ich's auch. Oh, da kommt ein Bulle. Oh. Hahaha. Iiiihihi. Eine Rakete reicht bei den... Mechanoiden, ne? Boah! Dieses Vieh. Hab ich ihn erwischt? Ja, hast du. Ah, ey. Um da Pipi Bullen kommen? Ah, ey. Und dann komm um die Ecke. Noch ein Bulle. Auf Rüstung. Das ist so osterquant. Wie schön, dass dann mal gleich neue gespawnt werden, ne? Ähh. Neäh. Wie ich das mag. Ja, ganz dolle viel. Komm, Jäcker. Komm. Ich hoffe, das ist nur einer. Wo jängen die immer rennen, weil ich mich ja... Da hinten kommen sie. Da war schon mal einer. Hier noch einen. Ich hab jetzt gerade nur den Wal gehört. Ach, da hinten. Da war er. Das waren jetzt endlich alle? Nein, waren es natürlich nicht. Das war ja irgendwie klar. Komm, da stehen Kamikaze-Typen. Die kannst du von Weitem jetzt abknallen. Sofern du von dem nicht noch getroffen wirst. Der ist tot. Ich auch. Und hier ist Muni und Rüstung und... Ja, Schrotmonie aber nur. Ist egal. Ich hab doch gerade wieder was aufblocken hören. Ja. Im Hintergrund lief auch einer. Nicht da. Hinter des Wings. Dort. Da siehst du, die Stellen schon blinken. Wo ist das C4 da hinten drin? Da, ne? Da, da. Irgendwie nimmt das auch kein Ende, oder? Nee, irgendwie nicht. Stell dir mal vor, wir würden das jetzt zusammen über LAN spielen. Ja. Und ich wäre ein Bulle. Dann hätten wir aber auch doppelte Gegnerzahlen. Ja. Ich lass das jetzt lieber. Ja. Alter Vater, ey. Oh. Ich hab noch eure Kuh gemolken. Wie? Wir haben noch ein Bullen? Wir haben noch gar keine Kuh. Oh. Was? So. Bist du sicher, dass du jetzt noch weitermachen willst? Mann, Mann, Mann. Ja, in dieser Sache mal... Weißt du, was doof ist? Was? Mein Energy ist alle. Ja, und? Naja, wie gesagt, das ist doof. Ist der genau? Hat der mich gesehen? Nee, die haben mich noch nicht gesehen. Hat der mich hier nicht... Das ist so... Ja, komm, diesmal machst du sie alle kalt. Ja, glaub ich nur. Ich... Also ich würd sagen, die wollen alle nur spielen. Einfach nur spielen. Oh. Ich will doch nur spielen. Oh. Alter, ich hasse es. Ich hasse es. Serious, Sam. Spinnen kommen ja hoch da noch, oder? Bullen kommen ja noch. Kamikaze, Skelette, Biomechano, also eigentlich die, ähnlichfalls die komplette Latte hoch und runter, ne? Ja, ja. Wie immer. Gut, der läuft ja von. Ich hab' mich nicht gesehen. Ich hab' dich gesehen, du nicht. Ich hab' dich gesehen, du nicht. Oh, 2 auf 1. 2 von 2. Äh, 2 von 1. Äh, 2 von 1. So ein Trottel. Wer? Der Typ da. Der kennt ja genau die Schusslinie. So, alles jetzt mit Maschinengewehr gemacht. Was? Also, Munitionstechnisch würde ich davon abraten, oder? Was? Alles mit Maschinengewehr jetzt gemacht? Oder was? Naja, wenn du mal auf deine Munitionsstab guckst. Was? 250 Schuss sind auch nicht grad viel. Ja, hops doch was, oder? Die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer möchte ich ohne rumballern. Das lassen deine Raketen auch gar nicht zu. Ne. So, doch, da ist noch Muni. Ah, dumm. Gott sei Dank hast du für die Pistole erwiesen, ohne in die Schuss. Und die ganzen Magazine wo versteckt hat? Andererseits will man das wissen? Hä? Wenn der grad für die Pistole, wo hat er die ganzen Magazine versteckt? Ja. Andererseits willst du das wirklich wissen? Ne. Da komm' Knars. Ein hoch auf die Diegel. Mhm. Hier hinten ist noch Muni dann. Und die ladet auch schneller aus. Mhm. 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 Und... 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 Und die Bomben, die Selbstzerstörer, die können ich auch von oben. Kannst du's gern mal probieren. Kannst du's gern mal probieren. Kann ich ja jetzt mal probieren. Gut. Das heißt, du müsstest dann nochmal zwischen die Beine des Sphinx... Ganz schnell. Und zurück. Und weg. Und weg. Ich bin nicht schnell. Wieso, wenn du da so leicht hochkommst. Hä? Jo, Mechanik. Ja. Das... Ich seh schon, das wird wie ein Griff ins Klo. Ach wie... Ach wo. Siehste. Jetzt kommen auch die Brüllen. Hahaha. Scheiße. Hahahaha. Irgendwie hab ich das geahnt. Aber die Bullen kommen nicht hoch. DOS! Nein! Hahaha. Alles war's ey. Hahaha. Schön, 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 schön. Die... Die weiteren... Die weiteren Folgen von CSN kommen, äh... Wie gehabt. Aber ich schätze immer mit kleinen Verspätungen, sag ich ja. Jetzt auch schon mal. Kommt drauf an, wie wir... Privat Zeit haben. Und... Also mir soll's nicht gelegen haben, ne? Naja, das ist eigentlich mein. Viel Stress gewesen jetzt der Zeit. Umzug gewesen. Naja. Das musst du den Leuten da vom Monitor klar machen, nicht mir. Ja, wie... Wie gesagt. Ne, weiß ich ja. Ne? Und... Wie gesagt, da kommen auch noch dann neue Folgen und noch andere Let's Plays. Andere Projekte. Gespannt. Und wie gehofft und wie gesagt, ähm... Tut mal... Bitte mal... Paar... Comments machen. Likes. Abos. Oder... Mal sagen, was ich mal... Was ich mal... Was ich... Was wir mal zocken sollen nochmal. Ja, genau. Bringt mal ein paar Vorschläge. Ja. Bringt mal ein paar Vorschläge. Das wär echt super. Supi von euch. Und... Tippitoppi. Tippitoppi. Und mit diesen... Worten... Verabschieden wir uns erstmal. Wir verabscheuen uns? Jo. Bis... Warum müssen wir uns immer verabscheuen? Ich versteh das nicht. Nein. Ja, stimmt ja. Wir hören uns ja dann wieder. Stimmt. Bis... Auf dein... Bis die Tage. Tschü Tschü.